Hallo und herzlich willkommen auf EWO2KTV und herzlich willkommen zurück bei WWE2K20 im EWO-Verse. Ja Leute, jetzt sind ein paar Tage vergangen, ich hatte eine Menge Zeit zum Nachdenken und ich finde einfach, ich bin es euch dann jetzt auch schuldig, nicht nur auf Discord, weil viele sind ja gar nicht auf Discord registriert, sondern dann auch nochmal hier exklusiv in einem Video, mich nochmal hier für euren ganzen Zuspruch zu bedanken, der jetzt wirklich in den letzten Tagen an mich gesendet wurde. Was mich auch sehr gefreut hat, war jetzt hier bei Instagram, war nochmal eine längere Nachricht hier vom Kingover, der mir auch nochmal geschrieben hat, dass er mich jetzt schon seit 2K18 verfolgt und auch die Ride-Alone-Projekte geschaut hat, wo ich eben mit dem Auto rumgefahren bin und einfach über diverse Dinge gequatscht habe. Und sowas freut mich dann einfach, wenn du dann wirklich auch siehst, ja du hast definitiv auch Leute mit anderen Projekten angesprochen, was jetzt nichts mit WWE in dem Sinne zu tun hat, auch wenn man natürlich sagen muss, in diesen Ride-Alone-Folgen ging es sehr oft natürlich um das Thema Wrestling. Ja leider musste dieses Projekt dann auch damals eingestellt werden, weil eben es gab eine neue Gesetzesgebung. Viele halten sich da bei YouTube nicht dran, aber ich hab's getan, weil ich meine, nur weil jetzt andere sich an Vorschriften nicht halten, heißt das ja nicht, wenn dann irgendwann gegen mich was kommt, dass ich dann weniger bestraft werde, nur weil andere das auch so machen. Das ist was, das sollten sich viele generell mal klar machen. Ich meine, das ist genauso, wenn du jetzt irgendwie an der Ampel stehst und die Ampel wird nicht grün und ja, dann fahren einfach einer oder einer nach dem anderen fährt dann bei Rot. Du fährst dann auch bei Rot und nur dich hält die Polizei an. Dann nutzt es auch nichts zu sagen, ja, aber die da sind auch bei Rot gefahren. Du bist für den Kram verantwortlich, den du machst. Und ja, deswegen einfach jetzt nochmal so von mir eine Analyse, wie das jetzt so hier gelaufen ist in den letzten Tagen. Wir müssen einfach mal verstehen, auch wenn jetzt in den letzten zwei, drei Tagen nichts zu WWE kam. Für mich ist das einfach so ein frustrierender Moment gewesen, wenn du wirklich dich hinsetzt, dir wirklich wochenlang überlegst, okay, WWE 2K20 hat jetzt nicht so den technischen Zustand, um diverse Dinge zuzulassen. Das war auch schon vorher bei 2K19 nicht der Fall, weil einfach in diesem Universe-Modus diese Cutscenes nicht immer zu sehen sind. Gerade, wenn wir das in dem Format machen, wie wir es tun, sondern da ist man eben darauf angewiesen, dann eigene Dinge zu entwickeln. Dann muss man sich auch hinsetzen, dann nochmal ein bisschen zusätzlichen Stuff dann erstellen in Form von diesen Inhalten. Und ich kann euch das einfach mal zeigen, wie ich das mache. Habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit dir. Geht einfach hier auf Inhalte erstellen. So, dann geht ihr hier auf Video. Dann geht ihr auf Neu. So, und dann geht ihr hier, da habt ihr dann 3 Möglichkeiten. Dann geht ihr auf Clip hinzufügen. Dann geht ihr hier, was ist das, Filmsequenz. Genau, so, dann habt ihr die Möglichkeit Universum. Dann könnt ihr Einzug vor Match im Match Sieg Backstage machen. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier gerade auf das Thema Backstage, damit ihr jetzt nochmal seht, wie ist denn damals so dieses Winner-Circle-Ding ins Rollen gekommen, wo Joey Samuels mit Mark Barrett gequatscht hat. Das ist eben hier über diese Cutscene dann zustande gekommen, die jetzt gerade noch ein bisschen am Laden ist. Und, äh, ja, dann habt ihr die Möglichkeit, hier eben die Rollen einzuteilen. Und dann ist dieses Ganze dann, wenn ihr es quasi speichern würdet, wird es dann gerendert. Es ist allerdings kein Ton dabei. Das heißt also, ich muss in diese Videosequenzen, die hier zur Verfügung stehen, muss ich dann auch noch irgendwie sehen, dass ich dann einen Ton reinschneide, der dazu passt. Und somit kommen dann eben diese Evra-Sequenzen zustande. Und jetzt habe ich auch schon gesehen, viele haben gemeint, ja, kannst du nicht mal das und das machen, würde ich gern. Ich fand die Ideen teilweise auch Bombe. Allerdings, ja, es ist nicht umzusetzen, weil ich kann ja nur die Sequenzen nutzen, die hier dabei sind. Ihr seht es ja aus 86. Ich habe mich zum Beispiel auch mal einen Tag hingesetzt und musste dann hier wirklich für Sequenz, Sequenz hinschreiben. Was passiert denn da? Damit, falls ich das nochmal in Erwägung ziehe, damit ich dann einfach da relativ schnell die Sequenz finde, die ich brauche. Aber wenn dann teilweise Vorschläge kommen, wo was war mit von wegen, ja, wir sollen Walter als GM machen, dann, ja, wie soll man das mit so einer Sequenz machen, wenn du gar nicht wirklich die Möglichkeit dazu hast, dass sowas hier im Spiel drin ist. Also deswegen nochmal so der Hinweis, ich kann nur die Sachen verwenden, das habe ich jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt, die hier im Spiel da sind. Und deswegen ist es dann teilweise vielleicht auch relativ langweilig, weil dann, ja, Sequenzen kommen, die wir auch schon in 2K19 gesehen haben. Weil ich versuche dann eben ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das war ja zum Beispiel dann auch, wo ich selbst dieses Interview dann, diese Pipebomb quasi im Ring gegeben habe, wo ich hier Honor gedisst habe. Da muss man dann immer ein bisschen flexibel sein. Aber so viel Spielraum lässt dieses Spiel dann leider nicht. Und deswegen sind wir hier dann, ja, wie gesagt, etwas eingeschränkt, wie das Ganze so weitergeht. Aber auf jeden Fall nochmal zu dem Punkt zurückzukommen. Ich mache jetzt YouTube seit 2014. Ich habe damals mit Watch Dogs Videos angefangen. Und ja, in diesen Watch Dogs Videos, das war halt so mein, das war mein erstes Spiel, das ich hatte. Ich habe mich so ein bisschen daran orientiert. Ja, wie macht zum Beispiel so ein Gronkh seine Let's Plays? Ja, und dann habe ich versucht, so diesen Stil zu kopieren. Aber bin relativ schnell dann zu der Einsicht gekommen, okay, so dieser Gronkh-Stil, der passt einfach nicht zu mir. Dann kam natürlich auch noch dazu, wenn du gerade mit YouTube anfängst, dann hast du noch keine Aufrufe. Ein Spiel wie Watch Dogs, was gerade neu war für eine Konsole, die gerade neu auf dem Markt gewesen ist, da ist es halt auch schwer, dann Zuschauer dafür zu finden. Und deswegen kam dann so mein Durchbruch eigentlich erst mit WWE 2K17, weil es einfach ein Nischenspiel war. Das haben damals Franz Zockt hat es gemacht. Und dann wusste ich eben, dass Franz Zockt nicht mehr weitermachen kann, weil er einen Safe Game Bug hatte. So viel zum Thema hier Bugs. Also ihr seht schon, das ist schon eine ganze Weile, dass uns dieses Thema in WWE-Spielen verfolgt. Aber das war dann quasi der Moment, wo dann Leute auf mich aufmerksam geworden sind, weil ich diesen Safe Game Bug nicht hatte und ich konnte die Karriere einfach durchspielen. Ja, und dann ging es dann halt weiter mit 2K18, 2K19, sind immer mehr Leute auf einen aufmerksam geworden. Ich habe da mehrere tausend Abonnenten gemacht mit 2K18, mit 2K19. Und dann kam wirklich so das erste Mal dieser Frustfaktor mit 2K20, wo ich einfach gesehen habe, dieses Spiel, dieser technische Zustand, wo es drin ist. Und viele Leute auch anscheinend abgeschreckt waren, sich überhaupt diese Let's Plays anzuschauen. Ich habe keine tausend Abonnenten gemacht mit WWE 2K20. Ich glaube, wir waren bei 5200 um den Dreh, wo WWE 2K20 rausgekommen ist. Jetzt haben wir, glaube ich, 5960 um den Dreh. Okay, ist eigentlich, aber ich gucke gerade mal, wenn ich schon jetzt dahin geklickt habe, dann kann ich sagen, dass ich 5952, also ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder drei Abonnenten verloren, seitdem jetzt eine YouTube-Pause oder eine WWE 2K20-Pause war. Deswegen in diesem Sinne, Grüße an alle gehen raus, die mich jetzt verlassen haben, dann vielleicht auch wieder zurückkommen werden, weil sie dann sehen, hey, das mit WWE 2K20 geht bei Evo ja doch weiter. Aber ich hoffe, dass dann einfach mal so diese Leute verstehen, dass bei mir natürlich dann auch so irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo ich mir sage, Alter, diese ganze Arbeit, die du jetzt hier reingesteckt hast, dieses ganze Ding mit der Selbstständigkeit. Dann kommt das neue Spiel, wo ich die Prognose gesetzt habe, ich werde 8000 Abonnenten haben bis Ende des Jahres, seit Release. Ja, Pustekuchen habe ich nicht geschafft. Dann ist das auch so ein Moment, wo man sich so selbst hinterfragt, hey, bist du mit diesem Ding gescheitert? Hättest du was besser machen können? Und dann redest du ja ein, ja, du hättest das besser machen können. Aber wenn ich dann so überlege, ich habe andere Projekte versucht. Ich habe viele Spiele versucht, irgendwie eine weitere Zielgruppe anzusprechen. Unter anderem gibt es auch wieder GTA RP. Aber auch leider muss man da sagen, die GTA RP-Zeit scheint leider vorbei zu sein. Das Interesse dafür ist nicht mehr so groß. Es war in der Zeit, wo wir damit angefangen haben, ich habe auf die YouTube-Videos relativ schnell 2000 Aufrufe gehabt. Und jetzt hängen wir hier bei 160 Aufrufen fest. Und die Leute, die auf den Server kommen, die kannst du in der Pfeife rauchen. Weil viele dafür überhaupt mal zu faul sind, sich mal einfach 10, 15 Minuten hinzusetzen und sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Die Leute erwarten von einem hier, von den YouTubern immer so viel, aber sind, und damit möchte ich natürlich jetzt nicht jeden ansprechen, auf gar keinen Fall, aber die Leute erwarten von YouTubern total viel, aber sind selbst zu wenig Dingen bereit, mal ein bisschen Zeit zu investieren. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Ich kann mich da selber auch nicht mal ausschließen. Also, wenn ich jetzt auch sehe hier, oh, ein langer Text, da habe ich dann auch erstmal keine Lust darauf, mir das durchzulesen. Evo-Verse, genau das gleiche, Charaktererstellung. Die ganzen Special-Moves und alles, dann ist einfach dann dieser Egoismus da. Die Leute laden was hoch und denken sich, ach joa, wenn was bemängelt wird, dann lade ich ihn einfach nochmal neu hoch und dann achte ich dann da drauf. Und wenn es dann immer noch fällt, oh joa, dann mache ich es nochmal neu. Das ist genau das Gleiche. Auch da ist einfach keine Bereitschaft da von den vielen Leuten. Das haben wir ja auch gesehen. Also, man kann dieses Jahr nicht davon reden, oder mit diesem Jahr meine ich 2K20, dass das Interesse nicht da war. Wir hatten sonst immer mit einer Warteliste gearbeitet. Aber da dieses Mal das ganze System optimiert wurde, dass wir wirklich ein perfektes Evo-Verse haben, mit schönen Matches, mit realistischen Moves und eben, dass die Leute dann quasi wirklich Zeit investieren müssen, um sich was Realistisches zu erstellen, ja, das haben wir damit dann rausgefiltert, weil viele dann einfach nicht dazu bereit gewesen sind, was Vernünftiges zu bauen, was den Teilnahmendingen entspricht. Dann teilweise die Leute haben nur ein Outfit erstellt und dann kommen dann so Fragen, wenn das bemängelt, ja, wie? Outfit? Ich will doch sowieso nur eins nutzen. Ja, von mir aus, aber es sind meine Teilnahmebedingungen. Und wenn ich sage, es soll bitte so gemacht werden, dann ist das zu akzeptieren. Und deswegen finde ich das dann teilweise echt unverschämt, wenn die Leute dann hingehen und dann auch meinen, ja, ich will das jetzt aber so machen und dann meinen, auf ihr Recht zu beharren. Ich meine, was soll das? Ihr könnt ja auch nicht in die Schule gehen oder auf die Arbeit. Ich will jetzt hier keinen gezielt ansprechen. Aber ihr könnt dann ja auch nicht hingehen, einfach denken, ach komm, ich zünde jetzt mal mein Papier an, weil ich das jetzt so will. Ich habe da jetzt Lust drauf. Ja, das ist dann auch eben die Konsequenz, um jetzt mal ein hartes Beispiel zu nennen. Aber das sind eben dann auch so Dinge, die mich frustrieren, wo ich mir dann denke, ey, warum sollst du das Ganze noch machen, wenn die Leute sowieso teilweise, ja, auf das scheißen, was du machst, auf das scheißen, was du sagst. Ich mache extra ein Video, wo ich alles erkläre. Ich mache noch Dokumente, wo ich alles aufschreibe. Man muss dieses Video nicht mal gucken. Man kann einfach nur diese 20 Zeilen lesen, diese 20 Spiegelstriche und weiß schon grob, was zu erstellen ist. Wie gesagt, da spreche ich jetzt nicht jeden mit an. Die Leute, die jetzt im E-Wars einen Charakter eingereicht haben, auf gar keinen Fall. Also da bin ich keinem Böse. Aber nur damit ihr einfach mal seht, was bei mir so für einen Frustfaktor sich angestaut hat, gerade in den letzten Wochen. Und wenn dann auch noch hier so diese Vorwürfe kommen, hier auf Discord, so ein Spruch, ja, ich wäre auch gerne im Winner's Circle, weil dann hätte ich ja auch einen Attributsvorteil. Ey, ohne Mist, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Dann ist einfach wirklich das, was ich auch schon gelesen habe auf Discord, oder es war glaube ich auf Instagram, die Nachricht hier vom Ole, dass die Leute jetzt die Möglichkeit hatten, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, ja, ich war das. Aber da haben die Leute einfach die Eier nicht zu. Und deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die Leute, die mich jetzt hier unterstützt haben, die mir wirklich diesen Zuspruch gegeben haben. Ich war jetzt heute, ich habe jetzt echt die letzten Tage, ihr habt es ja gesehen, ich habe einfach mal das gemacht, wo ich jetzt Bock drauf hatte. Ich habe NBA gespielt, ich habe NBA gestreamt, ich habe NBA Let's Plays hochgeladen, ich habe die Sims im Stream, das muss man sich mal vorstellen, die Sims 4 PS Plus Gratisspiel, es waren meine erfolgreichsten Streams in den letzten sieben Monaten. Dieses Interesse, was ich bei die Sims hatte, das habe ich bei WWE 2K20 nie gehabt, nicht mal am Releasetag hatte ich so viele Zuschauer, wie mit die Sims jetzt. Und das ist einfach was, wo ich mir dann gesagt habe, okay, es macht im Stream echt Spaß eigentlich, es ist ein cooles Spiel, um sich mit den Leuten auszutauschen, und auch so diese Entwicklung zu sehen. Ich muss jetzt selbst sagen, ich bin kein Hardcore-Sims-Spieler. Ich bin auch nicht dazu bereit, mir die ganzen Add-Ons zu kaufen, aber wirklich für so Aktionen finde ich es ganz lustig. Also warum nicht mal ausprobieren? Und wie gesagt, ich wollte beim Eishockey, bei meinem Heimatverein, weil Länderspielpause ist in der DEL, da habe ich mir einfach gesagt, ey komm, fährst du mal dahin, wo 1995 alles angefangen hat. Also vor 25 Jahren, wo ich als kleiner Junge mit 8, 9 Jahren, nee, 7, 8 Jahren hingegangen bin. Damals, mein Cousin war dabei, mein Vater war dabei. Ja, da haben wir uns Eishockey angeguckt. So, und jetzt, der Verein ist, glaube ich, mittlerweile dreimal pleite gegangen, die sind jetzt aber wieder in der Regionalliga nach dem, keine Ahnung wie viel Neuaufbau, ist ja auch egal. Aber es hat einfach mal Spaß gemacht, wieder so zu etwas hinzugehen, einfach überhaupt keine Gedanken zu haben. Und das war einfach nochmal ein Unterschied zu dem, was ich bei den Kölner Haien habe. Es war einfach wirklich, es war ein heimisches Gefühl, einfach Kölner Haie, das ist einfach Großstadt. So, bei uns, das ist einfach so richtig Dorfverhalten, wenn du dann da so den Spruch hörst, ja, und der Man of the Match am Ende, der bekommt vom Kalli, aus der Stolperfalle, kriegt er ein Fassbier gestiftet. Ja, und dann denkst du dir, yo, genau, hier bin ich zu Hause, das ist das, was ich vermisst habe in der ganzen Zeit. Einfach so dieses Reale. Und mir hat es auch echt geholfen, ist jetzt 0 Uhr 32. Ich hab einfach, also bei mir ist das so, ich finde mich sehr, sehr oft in der Musik wieder, in einzelnen Songs, zum Beispiel jetzt auch. Ich hab das bei Instagram gepostet. Ich denk mal, die Story müsste auch noch da sein, falls euch das interessiert. Der Song von Udo Lindenberg, mein Ding. Und das ist einfach was, wo ich mir jetzt gesagt habe, ja, du ziehst jetzt dein Ding weiter durch, solange es noch möglich ist. Ich hab die ganze Zeit mein Ding hier durchgezogen. Auch wenn ich keine Aufrufe hatte hier am Anfang mit WWE. Ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Ich hatte ein Ziel, als Kind schon, als Jugendlicher, das hab ich schon öfters erzählt, die Story, eine eigene Internetseite, wo sich eigentlich damals kaum einer interessiert hat, aber das war bei uns irgend sowas, was angesagt war. Einer hat angefangen, eine Internetseite zu erstellen, der Nächste wollte nachziehen. ist das da eingetragen. Also im Prinzip sowas wie heutzutage ein Facebook-Profil, nur dass du halt eine Internetseite daraus gemacht hast. Und ja, da war es immer ein Traum von mir, eine Community zu haben, so ein Forum. Wir waren damals noch in Foren aktiv. Wenn du heute in einem Forum aktiv sein willst, das ist ja schon überhaupt da sowas zu finden. Also da musst du erstmal hier quasi entstauben, die Internetseiten, dass der Staub weg ist, wenn du in ein Forum gehst. Bei den Kölner 1 zum Beispiel, Heye-Fan-Projekt-Forum, da bin ich aktiv. Ich mag Foren einfach, weil da eine schöne, sachliche Diskussion stattfindet. Und wie gesagt, es war damals mein Ziel, ein eigenes Forum zu haben, wo ich die Leute austauschen. Und ich habe es mit, wie alt war ich da, wo ich so 29,30, wo ich so meinen YouTube-Durchbruch hatte, dass die Leute wussten, wer ich bin, dass eine Community entstanden ist. Guckt euch den Discord-Server an, und es sind über 200 Leute auf diesem Discord-Server drauf. Und das ist einfach geil. Und du weißt einfach so dieses Gefühl, hey, diese 200, es waren sogar schon mal viel mehr. Ich habe teilweise nur mal so ein paar Leute auch gelöscht, die sowieso nie was geschrieben haben. Aber mittlerweile mache ich das nicht. Da bin ich zu faul für, muss ich ganz ehrlich sagen, zu gucken, wann wer das letzte Mal was geschrieben hat. Aber es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du weißt, hey, diese Leute, die haben deine Videos gesehen hier in der Welt und die sind jetzt nur wegen dir auf diesen Server gekommen. Das ist einfach was, was mich stolz macht. Und deswegen einfach so dieses Ding. Ich hatte damals auch meinen Kanal mit wenig Aufrufen gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wenig Aufrufe habe, wenn man sich, das ist nämlich auch so was. Die Leute sagen, oh, du hast ja gar nicht so viel Aufrufe, wie kannst du denn von YouTube leben? Viele vergleichen einen, glaube ich, immer so mit dieser, dieser Größe, wie ein Montana Black. Ich habe nicht so viele Aufrufe, das ist klar, aber man darf auch nicht vergessen, ich mache auch jeden Tag Videos. Allein durch WW2K20, wie viele Videos ich seitdem hochgeladen habe. Mein Kanal hat, ich will gerade mal gucken, wie viele Videos habe ich auf meinem Kanal hochgeladen. Kriege ich da irgendwie hier eine Übersicht? Ich glaube, wenn ich hier auf den Creator-Kram gehe, müsste da eine Zusammenfassung kommen. So, hier steht es jetzt nicht. Ne, es lädt noch. Ich habe auf meinem Kanal 2861 Videos hochgeladen. Und diese 2861 Videos sind größtenteils monetarisiert. Das heißt, ich verdiene an diesen 2861 Videos, verdiene ich Geld. Und es ist ja auch immer so ein Ding, was ist denn der Lebensstil von Leuten? Ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Ich habe keine großen Hobbys. Ich fahre zum Eishockey. Das ist eigentlich gefühlt mein einziges Hobby. Ansonsten bin ich eigentlich größtenteils nur zu Hause, was überhaupt dran liegt, dass ich einen Hund habe. So, und das war es im Grunde schon. Also, ich habe keinen hohen Lebensstandard. Ich mache das relativ normal eben. Was halt so ein typischer Junggeselle eben so hat. Ich habe meinen Fernseher und so. Ich habe meine Playstation. Mit Freunden hin und wieder immer was machen. Aber das ist das einfach. Die Leute messen einen irgendwie auch mit diesen Aufrufen, aber ohne YouTube zu verstehen, was ich alles anspreche eigentlich in dem Video. Ich wollte das eigentlich gar nicht so lange machen. Aber nur, dass ihr wirklich, wie gesagt, auch seht, hey, was ist bei Evo los? Und ja, dieses Thema eben, jetzt habe ich wahrscheinlich komplett den Faden verloren, aber auf jeden Fall, mir ging es jetzt nicht schlecht, aber einfach so dieser Frustfaktor war eben schon da. Aber jetzt ist er, sage ich mal, jetzt wo ich mal Zeit hatte für mich hier so zwei, drei Tage, einfach mal das gemacht habe, wo ich Bock drauf habe, um mal ein bisschen Abstand von diesem ganzen Thema zu haben, hat mir sehr gut getan. Und ich kann euch sagen, wir werden hier auch weitermachen mit dem Projekt. Ich werde in Zukunft drauf scheißen. Natürlich muss man Kritik annehmen, aber die Kritik sollte auch vernünftig sein. Das ist genau das, wenn ich hier zum Beispiel sehe, hier mein Sims Video, 144 Aufrufe, hat einen Dislike. Dieses Disliken juckt mich einen Scheiß. Ganz ehrlich, die Leute denken anscheinend, oh, ich fuck den jetzt mal ab, ich gebe dem ein Dislike. Kritik ist für mich, wenn man sich hinsetzt, sich fünf Minuten Zeit nimmt und den Leuten, wenn einem was nicht gefällt, einen Text verfasst und dann die Dinge anspricht, was einem nicht gefällt. Aber nicht einfach nur ein Dislike-Button drücken, anonym, sondern man muss auch zu der Kritik, die man äußert, muss man stehen. So, und deswegen, ich mache mein Ding, egal, was die anderen sagen, Udo Lindenberg. Genauso wird es laufen, Leute. Ich scheiß drauf, wie viele Dislikes ich habe. Ich mache das für meine Community hier und ich mache das, weil ich Spaß damit habe oder daran habe, Leuten eine Freude zu machen. Mir tut das auch sehr, sehr leid, jetzt für alle, die ich vielleicht in den letzten Tagen enttäuscht habe, dass es hier keine WW2K20-Folgen gegeben hat, aber trotzdem, denke ich, hat jeder Verständnis gehabt. Die Leute haben auch geschrieben, wir stehen hinter dir und das ist einfach sehr cool. Ich meine, viele können mich so ein bisschen vielleicht einschätzen, wie ich mittlerweile so drauf bin, was ich so für Dinge mag, was ich nicht mag. Für mich sind viele für euch leider anonym. Also, weil ich mal ein bisschen hier Kontakt mit dem Schreiben hatte, also eben im Chat oder sowas oder auf Discord. Aber, ja, deswegen ist es halt für mich schwer, euch einzuschätzen, aber für euch ist es leicht, mich wahrscheinlich einzuschätzen. Aber deswegen, vielen, vielen Dank für euren Support, für eure Treue. Ich kann euch sagen, ich hoffe, ich habe jetzt eigentlich so all das hier Freestyle-mäßig. Ich habe mir kein Skript gemacht. Normalerweise bereite ich mir immer so ein bisschen was vor. Das war jetzt relativ spontan. Dass ich all die Dinge, die ich loswerden wollte, dass ich darüber gesprochen habe. Und, ja, wie gesagt, Leute, es wird mit WW2K20 weitergehen. Wir haben jetzt den Patch 1.07. Es soll ja jetzt einiges hier im Universumsmodus funktionieren, was vorher nicht geklappt hat. Also schauen wir mal, ob wir auch davon profitieren. In diesem Sinne wünsche ich euch dann jetzt allen einen schönen Samstag. Genießt das Wetter auch, wenn es draußen kalt ist. Und wie gesagt, lasst euch von anderen Leuten nicht unterkriegen. Ihr müsst mit eurem Leben zufrieden sein. Natürlich sollte man sich auch dementsprechend dann verhalten, also keine Scheiße bauen oder sowas. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr ein Ziel vor Augen habt. Und, ja, auf dieses Ziel hinarbeitet, so wie es bei mir war. Und, ja, jetzt kommt vielleicht für mich dann irgendwann das nächste Ziel. Aber, bis es soweit ist, machen wir erstmal mit YouTube weiter. Also, Leute, haut rein. Ich bedanke mich dafür. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Video jetzt ging. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr euch hier das alles angehört habt. Und, keine Sorge, ich leide nicht unter Depressionen oder sowas. Mir geht's gut. Und, ja, also, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.